Die Zukunft von Sturm-Juwel Jan Fiete ab beim Hamburger SV ist nach wie vor ungeklärt, der mögliche Wechsel vom HSV zu Fußball-Rekordmeister FC Bayern München in der Schwebe. Das berichtet Bild. Demnach stehe er zwar für den Sommer 2019 bei den Bayern im Wort. Unklar sei jedoch, wo der 18-Jährige in der kommenden Saison spielt. Dem Vernehmen nach bieten die Münchner aktuell nur 2,5 Millionen Euro für einen sofortigen Wechsel, zu wenig für den HSV, der im Falle eines Abgangs seines Juwels dringend noch einen neuen Angreifer nachverpflichten müsste. Denn außer dem Youngster stehen nach dem Abgang von Bobby Wood zu Hannover 96 mit Pierre-Michel Lasogga und Neuzugang Manuel Winsheimer nur zwei gelernte Stürmer im Kader der Rotussen für die anstehende Zweitligaspielzeit. Die Entscheidung über einen Abtransfer dürfte aufgrund dieses Umstands relativ zeitnah fallen. Der Vertrag des Angreifers in Hamburg läuft im nächsten Sommer aus. Punkt. Nur in der laufenden Transferperiode könnten die Klammen-Hanseaten also noch eine Ablösesumme für ihn kassieren.